Mit dem passiert nichts. So, wenn ich da jetzt rausschaue. Ah, ja klar. Ich glaube, überleben tun wir es trotzdem nicht, aber zumindest das funktioniert. Ah, und Gold. Perfekt. So, dann nehmen wir den nächsten Pfosten. Ah, ja klar. Dann macht ihr mit jedem Pfosten was anderes. Klingt logisch. Der dritte Pfosten. Das sollte helfen. Aber wir nehmen jetzt nochmal. Das war der erste, zweite, dritte und vierte. Klar, mit dem haut er sich selbst. So, und Godzilla, wir haben noch ein drittes Kind. Die fackelt mich ab. Sind wirklich Teufelskinder. Ah, Godzilla fertig, okay. Ähm. Nein, ah, da passiert nichts. Äh. Reden wir nochmal mit dem. Hat mir ins Gesicht gespuckt. Toll. Da ist er explodiert. So, erstmal die Bombe treten. Immer zuerst die Bombe treten. Oder zumindest in die Hand nehmen. So. Viele Pfosten bleiben nicht mehr. Ich habe mir jetzt eine Spucke rausgehebelt. Komplett sinnlos. Ah, Gold. Ähm. Der ist verdächtig. Nur blöd, dass da noch ein Sprengsatz drin ist. Ja. Fesser treten. Nur noch vier übrig. Bei dem Tempo schafft er das fast. Äh. Der andere Vorhang. Irgendwie sind da eben überall Wachen drin, oder? Komisch. Ist doch nur der Präsident. So, dann drücken wir das mal da drauf. Wow. Welch Effekt. Die zweite Gold. So, dann geben wir noch die Flasche hier dem. Das sollte hier auch Gold sein. Was hast du davon? Du spuckst uns ins Gesicht. Wir kotzen dir ins Gesicht. Bonus-Hunde. Jetzt wird sie da krank. Ja, sag ich ja. Krant, das hat der schon mal. Mach genau das gleiche wieder. So, und das weiß der Haus noch. Nein. Ähm. Okay. Was war das? Nein. Nicht den Vorhang. Nein, nicht den Präsidenten abknutschen. 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 Ähm. Irgendwie will er einfach mit ihm knutschen. Ah Finde alle versteckten Wachen 100% Ah, Runde 3, okay, warte dann Ja, okay, macht eh keinen Unterschied Kapitel 4, Runde 3 Doppelfasenbombe Macht ja keinen Unterschied, ob ich jetzt Das mache oder Phase 2 Wieso? What the fuck Ich dachte schon, da kommt ein zweites Level in dem Level Ach, da kommt Da ist ein zweites Level im Level Das ist jetzt aber überall hier Was war das jetzt? Man weiß es nicht Hi, Batman Hast du noch einen Schraubenschlüssel? Anscheinend ja Um mich in die Bombe zu stopfen Ah Kann ich hier jetzt was tun? Ach ja, klar Deswegen ist die Bombe jetzt noch ganz, oder was? Ah, und jetzt sind wir da drinnen Oh, ich bin so ein Badass Nein, nein, nein Okay, zuerst müssen wir das schaffen Und dann Können wir im inneren Level sozusagen weiterarbeiten Nein, ich will die Bombe treten Random Tastenhorn Ich muss hier irgendwas verändern So, da draußen ist die Palme Die bringt mich auf die Palme Aha Gut, jetzt habe ich Dynamit auch drin Geschafft Auf ins Innere Und hinten wieder raus Oder auch nicht Und er hat explodiert Ich will jetzt Bombe treten Ach, der nimmt die Ist ja langweilig Ah, okay Da ist schon mal das Geheimnis Aber ich glaube, der explodiert trotzdem Nein, es funktioniert nicht sogar Ähm Die haben wir wieder aus dem Drücken Sieht aus, als würde er es mit dem treiben Und der Alien schaut nur zu und denkt sich What the fuck Wieso ist der gerade nochmal explodiert? Okay Wir sind gestolpert Seems legit Er schaut ihm aus dem Arsch raus Wie so Kann ich die berühren? Nö Kann stolpern Auch cool So, verschieben wir mal die Kann ich eigentlich jeden Einzelnen verschieben von denen Oder Immer nur den einen richtigen Jetzt wird es romantisch hier drin Äh, was haben wir hier noch? Ein Bildschirm noch Ready Prompt Äh Passenger PSG? Keine Ahnung So, da ist noch was Komm schon, das klappt jetzt Nö Batman ist immer noch tot Alten Mann kann ich nochmal nicht treten Vielleicht den, äh Lass sie irgendwo hinstecken Ah, jetzt waren wir im alten Mann drin Sozusagen eine Im Körper-Seption Ah, und sogar Gold Cool Das ist ein Gully Hauptsache hier gibt es ein Gully-Deck für zum verwenden Als CD Klar Ergibt natürlich Sinn So, macht das jetzt den Unterschied? Nö Explodiert immer noch Okay Kann ich das? Okay, dann nimmt immer nur das eine Könnt ihr einfach mal den Timer verwenden Oder auch nicht Ah, ich kann den Jeden Einzelnen von dem verwenden Dann geht dran Und explodiert immer noch So, und wenn ich Hä? Hä? Vielleicht der unterhalb Ah, der unterhalb kann ich noch Nö Kann mich verzweifelt anstrengen Das bringt genauer nichts Da oben kann ich auch immer nur den einen nehmen Ja Wenn ich den nehme Kann man ja auch nicht mit was anderem verwenden Es muss also theoretisch Ein Teil sein Und das funktioniert dann sofort Okay, da geht auch immer nur das eine Ja 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 Das kann ich nicht verwenden Da steht die Versionsnummer Ähm Wem passiert denn jetzt Hm Und so gibt es ja Ah, ein Fehlernsystem Also es muss reichen für Gold Replay Jawohl, Gold So Was haben wir denn hier noch Ich habe Dynamit in den Bär Und eine Taschenlampe Boom Gut, dann haben wir noch die Äh, den Bildschirm Meint er eigentlich den Bildschirm Aber egal Okay, die trittet er nur Äh, dann haben wir noch Was haben wir denn noch? Feuerlöscher Mit Bombe Was, das wirkt nicht Eingartig Ach, das war Gold? Nee, oder? War noch nicht alles Das letzte Mal pissen wir dir ans Bein Jetzt auf den Kopf Wir sind sowas von höfig Wenn ich das jetzt mit dem verwende Dann verwendet er es nicht Mit dem Bildschirm Und er ist tot Aber es bringt mir Gold Das ist das Wichtigste Und Batman Der hat einen fahren lassen Das hat man sogar gesehen Äh Hier, er schenkt dir eine Bombe Computer Achtung, gefährlich Äh, jup It's a bomb Ich glaube, das hält die Bombe nicht auf Nein, tut es nicht Okay, nur noch das Probieren wir einfach mal Das mit dem Schraubenschlüssel Oder eben auch nicht Das hat man schon Und den Schraubenschlüssel mit ihm Nein, geht nicht Ah, stimmt Das hat man noch gar nicht Ähm Was gibt's denn noch? Werden wir einfach so anreden Bombe einfach so Glaubt, das hat er schon mal Countdown verkürzt Ach nein, hat er es noch gar nicht Gut, dann haben wir schon zwei Von drei komplett Runde zwei Was eigentlich Runde drei ist Aber ja Kapitel vier, Runde zwei Explodilicious Oh, eine Hochzeitsgesellschaft Schön verheiratet Äh, Harry Potter und Hermine Ich hab den Zauberstab Ich habe die Macht Und du bist lackig Oh mein Gott Das war jetzt kein Nicht die Lösung Eigenartig Das ist eine Tür Ich will da rein Okay, geht nicht Das war jetzt wirklich Ein bisschen offensichtlich, oder? Lunter ausdrücken So Wir haben heute Wachiges Wetter Da hat sie sich in ihr Kleid gemacht Eine Liebesgeschichte Ich will ihn nicht stören Jetzt wird das Auto kaputt getreten Zoom-Ringer Nimm dies Ich beschwöre dich, Pikachu Nein Er hat mich gefangen Wie konnte er nur? Das gefällt ihm ein Das hat man gesehen Der hat sich gefreut Dass ich den gewirkt habe Kann auch schreien Ach, das war ein Zauberbuch Auch cool So Die Wolken kann ich wahrscheinlich Nicht miteinander verwenden Nö Aber mit der Kamera Ich hatte jetzt eigentlich erwartet Dass der jetzt Wasser rausspuckt Durch die Wolke Aber okay Okay So, sie verwenden mit der Frau Rede Okay, das passt sogar Eigenartig Was hier alles stimmt Ähm Schwabel Schwabel Nichts gegen die Gläuter Natürlich War jetzt nur irgendwie so passend Oh, eine Katze Hab ich gewonnen? Nö Bin trotzdem tot Gut Bis zum nächsten Mal